Hallo und herzlich Willkommen zurück hier auf PübelTube, irgendwie habe ich mich gerade in den Dings vermacht, ich probiere gerade Zeit. Tag 19, 91. Folge bei Stadia Valley. Wir sind im Winter, ich habe gelernt, dass ganz viel vom Glück abhängig ist und man sich das schon angucken sollte. Unter anderem auch die Mine, also wenn wir viel Glück haben, sollte man in die Mine gehen, ich habe gelernt. Oh, wir haben drei Hühner. Welches bist du denn? Du bist glücklich. Wir könnten so, wir brüten ein weiteres Huhn aus. Oh, ich glaube gleich. So. So. Schön, schön, schön. Ihr wollt weiterhin? Allerdings, ja. Klima, alles hin. Gehen wir auch gleich zu Marni. Wir wollen gleich zu Marni, damit wir das nicht wieder vergessen. Ich überlege gerade, wie das war mit dem Kaviar, dass man da Kaviar draus macht. Ist das das Gerät hier? Brauchen wir aber noch ein Fass. Kohle, Holz und Stein. Kohle, Holz und Stein. Ich glaube so war das, ne? Ja. Ist das hier die Segel, ne? Steine. Hä? So, dann gehen wir jetzt halt mal die Runde. Warte, Hundi. Muss ja hier alles in Richtigkeit haben. Dann haben wir die Hacke. So, da haben wir aber beides schon. Das eine muss halt nicht mehr ins Community Center. So. Und das andere hatte Gunther glaube ich auch schon. Ja. Hallo Marnie. Schön, dass du deiner Arbeit nachgehst. Das war ja. Nee. So, masen wir dich im Kran. So, 1. So, dann komm. So, dann komm ein, du ja auch und komm. So, dann ja noch, ist es nur, wenn du denn da? Dann kommst du mal? So, kommst du dann? So, musst du mal bergen? So, kommst du mal rein? Dann kommst du mal, wir sind wielos. So. Okay, kann man den hier noch kaufen, gut. Ja, der Greifer wird noch cool, aber machen wir dann schon. Zu einem späteren Zeitpunkt, neue Woche rein zufällig? Nein. Was ist denn jetzt eigentlich mit Lea? Ja, ich dachte eigentlich die Wächte... Okay, ich glaube ich brauche die größere Erweiterung. Das große Haus, würde ich behaupten. Bevor wir jetzt natürlich die Hacke machen, gehen wir einmal zu Robin hoch. Macht ja am meisten Sinn. Erstmal das Haus. Eigentlich macht die Hacke mehr Sinn. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin im Winter, dass wir die Hacke rechtzeitig fertig kriegen. Ähm... Oh, 50.150 Hacke. Okay, das... Das ist natürlich ein bisschen sehr arg viel. Die haben wir jetzt natürlich nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Clint und... Geben dem halt erstmal die Hacke. Aber ich vergesse immer, dass wir das ja gar nicht so machen müssen. Das ist ja voll dumm, dass ich ja die Bahn habe. Aber... Wegzweck verbessern. Okay. Ähm... Wie haben wir das denn? Zwölf. Entschuldigung. Irgendwie habe ich gerade einen frischen Malz. Äh... Das Glück ist halt nichts auf unserer Seite. Deswegen gehen wir zum Meer und angeln. Es wird eine Angelfolge. Es tut mir leid. 25 Goldsterngemüse. Toll. Dumm. Naja... Brauche ich die eigentlich noch für irgendwas? Nein. Brauchen wir alles nicht. War ich natürlich mega klug und habe voll viel Zeug mitgenommen dafür, dass wir einen eingeben. Dann gehen wir auf Baller. Entschuldigung. Okay. Ich glaube wir gehen... Wir zammeln das alles ein. Gleich mal gucken, wie viel Platz denn noch wirklich ist. Mega viel. Ah, wir können noch ein bisschen. Dann machen wir das. Da sind sie übrigens hin. Unsere... Tausende von Dollars. Gold. Tintenfisch. Ne. Sardine. Ach Gott. Wie sieht das eigentlich? Fähigkeiten. Fähigkeiten. Habe ich den Fischen schon fertig? Nein. Hofarbeit ist fertig. Mh. 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 Schon ganz entspannt. Also den kriegt man ja amass. Tadaa, Rotbarbe. Wie groß dieser Balken denn doch ist, je besser man wird mit Angeln, wenn man guckt wie klein der am Anfang ist, schon krass. Wir müssen doch denken, am 23. Da füllen sich auch keine Bahnen hin oder sowas. Ich das auch nicht in meinen Rhythmus reinkriege, zu dem zu gehen. Ich hoffe, er ist noch da. Ich hoffe, er ist noch da. Tja, Regenbogenforelle. Töffelöl, Hartholz, Kugelfisch, Lachs, Bauermahlzeit. Glaubst du hier nicht irgendwo, die Regenbogenforelle? Tigerfreude. Glasaugenbarsch. Okay. Brauchen wir nicht. Auch nicht. Okay. Eine Walnussbank. Eine Walnussbank. Oder eine Walnussbank. Oder eine Bank aus Walnussholz. Ich weiß gar nicht, wie viel Hartholz habe ich denn. Aufs Maul für dich. Ich weiß gar nicht, wie viel Hartholz ist. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Hartholz war. Ich weiß gar nicht, wie viel Hartholz ist. Warte, ich wollte sie eigentlich essen. Na ja. Hat nicht so funktioniert. Ich würde sagen, wir kloppen mal noch ein paar Bäume klein, wir haben keinen Platz mehr, ne? Um ein bisschen Energie zu verbrauchen. Vielleicht steigen wir ja dann noch ein Sammeln einmal auf, dann machen wir das auch fertig. Tatsächlich würde ich das auch gerne mitnehmen. Ah, wie ich sehe, habe ich hier erst vor kurzem die Bäume weggemacht, wie ich sie vermutlich im Ahren Samen sammeln. Könnten wir eigentlich gleich noch ein paar Pflanzen, theoretisch. Mal gucken, wie viel wir davon haben. Wahrscheinlich hätte das alles einen anderen Grund, warum ich so viele Dings in der Tasche habe. Oder in den Kisten. Hasenstreicheln gehen. Da sehen sie ein bisschen creepy aus. Okay, wir sind zu spät. Schade. War ja fast klar. 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 Jetzt gehen wir mal Guni pflanzen. Ich glaube die hier werden alle nichts, die zu nahem Dings sind. Aber wir werden es sehen. Was dann eh mega interessant, wenn das ja halt wieder so verwüstet wird durch den Jahreszeitenwechsel. Wie es denn überhaupt aussieht. Okay, dann kommt noch eine. So, dann wären wir fertig für heute würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. So, dann können wir morgen den Fischen geben. Wir müssen das hier alles mal sortieren, wenn Sommer wird. Oder wir machen es gleich im Winter mal gucken. Guni. Okay, da wären wir wieder mit einem Tag durch. Schön, schön, schön. Ich habe ja eine kleine Ziege. Na, sieht aber ganz gut aus dafür, dass wir eigentlich nur gesammelt haben. Tja. Gut. Dann schauen wir mal an den 20. Tag. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei. Hier auch bei YouTube bei Star Valley. Bis dann. Ciao. Ciao. und dann